Berater, FC Bayern mit sehr guten Transferchancen Im Sommer hatten sich Bayer Leverkusen und der FC Bayern nicht einigen können. Ein Austausch von Nationalspieler Jonathan Tarr hinter München scheint aber weiterhin nicht von dem Tisch. Der einflussreiche Spielerberater Pini Sahavi rechnet hart damit, dass der die das ihm gehörende Klient Jonathan Tarr in dem kommenden Sommer Bayer Leverkusen verlässt. Und Bayern hat weiter sehr gute Chancen, ihn zu bekommen, sagte Sahavi in dem Befragung der Weltganze an dem Sonntag. Der Austausch des Nationalverteidigers von Bayer zu dem deutschen Fußballrekordmeister hinter München hatte sich in dem vergangenen Sommer zerschlagen. Leider hat Leverkusen zu viel Barschaft verlangt, sagte Sahavi. Tarrs Kontrakt unter der Werkself läuft noch so lange bis zu dem Schluss der aktuellen Saison. In diesem Fall kann er wechseln, nackt dass eine Ablöse getilgt werden muss. Die Anschauung war, zu dem FC Bayern zu gehen, der Verband wollte ihn unbedingt holen, sagte Sahavi. Wir hätten Leverkusen mit Vergnügen einen Transfererlös gebracht. Nun werden die Sese und jene kein Barschaft bekommen. Die Zustand sei sehr einfach, fügte der Berater an. Der 28 Jahre alte Abwehrchef des deutschen Double-Gewinners werde in dem nächsten Sommer zum großen Verband gehen. Zuletzt hatten sich diese Sese und jene Leverkusener verantwortlichen Vertrauensfolge gezeigt, Tarr von einer Vertragsverlängerung überzeugen zu können. Ein Austausch in dem Winter, in diesem Fall würde noch eine Ablösesumme fließen können, wurde zum Schluss ausgeschlossen. Manuel Neuer wie Vorbild, Ehrenbezeigung von dem Torwart-Idol, doch bei dem 1. FC Köln sitzt Jonas Urpich im besten Falle noch auf der Bank. Nun sprach der 21-Jährige jenseits den Dämpfer. Als Manuel Neuer vor vier Wochen in dem Rhein-Energie-Stadion auflief, gehörte der Ex-Nationalspieler zu den größten Stars bei dem Abschiedsspiel von Lukas Podolski. Am Rande des Events wurde der 38-Jährige zum Spieler gefragt, der ihn nachher beherben könnte, Jonas Urpich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017